Willkommen auf voyage.sncf.com. Heute Abend erkunden wir eine der dynamischsten Städte Europas. Es gibt hier 51 Clubs, 55 Konzerthallen und 1402 Bars. Amsterdam. Wir zeigen, wo sich das Nachtleben abspielt. Ausgangspunkt ist das Rotlichtviertel. Danach geht's zum Rembrandtplein und zum Leitzeplein. Mir nach. Das ist der Rembrandtplein. Dieser Platz aus dem 17. Jahrhundert verdankt seinen Namen dem berühmten Maler. Hier ist immer was los. Viele junge Leute machen Musik oder hängen einfach ab. Und drumherum gibt es jede Menge Restaurants und Bars. Langsam bekomme ich Hunger. Ich empfehle das Café de Crohn. Es ist schick und trotzdem erschwinglich. Perfekt. Was empfehlen Sie? Den Marktfisch. Das sind Muscheln mit Pommes. Ist das typisch holländisch? Ja. Neben dem Rembrandtplein ist der Leitzeplein der zweite Hotspot in Amsterdam. Restaurants, Bars, Clubs, alles für einen gelungenen Abend. Und der geht jetzt los. Bis Mitternacht fährt in Amsterdam die Straßenbahn. Danach verkehren die ganze Nacht hindurch Nachtbusse. Am Leitzeplein gibt es jede Menge Restaurants, Bars, Clubs und Straßenkünstler. An Unterhaltung mangelt es nicht. Ich bin im siebten Stock eines industriell anmutenden Hochhauses in Amsterdam-West. Im Canvas. Was ist das Besondere hier? Zum einen die Geschichte. Das war mal eine Zeitungsdruckerei. Und die Aussicht ist großartig. Ich kann jedem, der in Amsterdam ist, nur raten, hierher zu kommen. Auf mich wirkt es hier außerdem sehr multikulturell. Ja. Das Besondere am Canvas ist auch, dass viele kreative Leute hierher kommen. Und sie amüsieren sich dann bei uns im siebten Stock. Das schafft eine tolle Atmosphäre. Man spürt die Kreativität, sowohl tagsüber wie auch nachts. Vielen Dank. Viel Spaß. Das Tolle an den Clubs in Amsterdam ist oft ihre Vergangenheit. Das Paradiso war früher eine Kirche und jetzt finden dort Konzerte statt. Dahin verabschiede ich mich jetzt. Wenn auch Sie eine Wahnsinnsnacht in Amsterdam erleben möchten, gehen Sie einfach auf voyage-sncf.com. Wir kommen. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020